Gut, weiter geht's hier über die Lassbibble bin für 3. Wir müssen jetzt folgen hier. Sprinten. Nett, dass es hier ein Wunder gibt. Oh, hallo Seidberg. Identifiziert eure Ziele. Was ist das? Eine Schule? Stimmt, ja. Ich vergesse immer wieder, dass es da, wo du herkommst, keine Schulen gibt. Hier haben wir den Sniper. Kann ich hier nicht rein. Was ist denn durch? Jemand soll dem Räumkommando sagen, er soll die Munitionslagerwarte wegpusten. Mein Erdleben, wir sind 90 Kilometer von einer größeren Verwerfung entfernt. Große Querstraße, viel freies Feld. Okay. Kannst du aufwischen? Dass er vorbei ist. Achso. Achso, von oben. Irgendwann nicht mehr. Er ist weg. Okay, go. Black. Doug Medcovich, nehmt die Tür rechts. Okay. Okay, unterwegs. Du musst aufschließen, Black. Los! Los, schnell! Okay. Zack. Kein einziger Zivilist. Scheiße! Scharf, Schätze! Oh, fuck. Löffer auf, Grenate! Komm. Scharf, gehen ab! Los, los, los! Okay, los ziehen wir raus. Hast du ein Gefecht. Und ein, halt! Regressentier hergekommen! Okay, diese Verteiler sind nicht gut zum Verteidigen. Fuck. Wir sollten ein bisschen verdeckter arbeiten. Wie wärs denn, wenn wir... ... immer benutzen. Zack. Ja. Gut. Und weiter. Los, los! Sie bewegen sich! Los, los! Hinter mir! Los, los! Los, los! Oh! Ja, wie soll ich denn zurückgehen, wenn das Tor zu ist? Ich komm nicht mehr zurück! Okay, die Missions gefällt. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt neu starten müssen. Also von da, wo wir... ... gestartet haben. Wo alles ja eigentlich logisch ist. Ne, das ist doch gut. Stop! Bleib von den Vertakten auf und weg! Verbündete kommen nach! Verbündete kommen nach! Gut, Verbündete kommen nach! Hockelde alle das scheiß Gebäude ab! Black! Zu mir! Zieh die beiden Gebäude! Achten die Hände vom Parkplatz! Sie kommen von der Seite! Gegenabhängung! Da vorn, da vorn! Kommt über den Bauer! Weg! Kontakt! Was weiter? Fuck. Ich bin getroffen! Ich bin getroffen! Fuck! Mich hat vermisst! Mission failed, you died! Wir müssen auf jeden Fall verdeckter arbeiten. Karskanexplotomexplotor proponusten Hebekalibre fire. Was sind denn nachdem wir nur exklusivorepins? Fuhr! Karskantat! Karskantat! Bleib von den verkackten Autos weg! Verbündete kommen nach! Verbündete kommen nach! Gut. Fockelde alle das scheiß Gebäude ab! Weg! Zu mir! Aber es ist ein Alp haben die nicht am Start. Steine beim Gebäude! Anderes Ende vom Parkplatz! Sie kommen von der Seite! Bewegung! Da vorn, da vorn! Komm! Über die! Komm! Über die! Mauer! Weg! Kontakt! Ich bin zumal bei schlecht. Was? Geh aus! Geh aus der Deckung! Was? Okay. Ich glaube wir müssen in Bewegung bleiben. Gut. Wie machen wir das? Okay. Der Laufhalter ist hier ein bisschen. Dann brauchen wir noch ein Granatchen. Kann wir auch mal benutzen. Okay. Zack. So. Zwei Granaten. Jetzt nehmen wir uns die. Das Auto bin ich explodieren. Alter! Ja okay. Das ist jetzt auch ein bisschen... ... ... Was müssen wir zu diesen Punkten dann niederleuchten. Ich weiß, ich fäsch ihn wieder grad auf allerhöchstem Niveau. Was müssen wir zu diesen Gebäuden dann da... ... ... ... Das mit den Granaten war gar nicht mehr später. Bleist von dem Vertrag, ist der damage! Auf der Weg! Vielen Dank.